Wir müssen jetzt mal den Schattendruppler, den kann man nicht so schnell sehen auf der... Ja, das hasse ich so sehen, man wird einfach so leicht gesehen hier immer. Super. Ah, die Meld ist so wunderschön. Ja, ich hab den Schattendruppler natürlich auch noch lange nicht, aber... Naja, ich bin Level 18 oder sowas. Ich bin hinter dir, Tombi. Ich hab nur die Standard-Skins. Ich bin immerhin 42, aber gut, ich hab auch immer wieder auf dem PC gespielt. Da fährt einer durch den Gang mit dem Speeder durch. Ja, ja, das hab ich auch schon gesehen. Sehr geil. Ja, ich bin im Gang schon mal vom Speeder überfahren worden. Das da hab ich mir auch mal richtig aufgeregt gehabt. Nein! Uh, da hat sich jemand gehalten, ich hab' ich zu trotzdem noch erwischt. Glückstag. So, herunterfahren. Aber hier wieder keiner hilft mir. Wo seid ihr alle? Du musst ja alleine den Weg. Ich bin bei fünf Mann oft gescheitzt. Die Augen nicht weg. Das ist schön, da waren fünf Mann. Was zum Bunker drin? Ich bin im Bunker drin. Ich war auf der anderen Seite und da waren fünf Leute. Ja, ich war einer hinter mir und hab' mich nicht gesehen gehabt. Zum Glück. Ich bin gerade noch weg holen. Oh, da ist die schon wieder. Schön, 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 schön. Jetzt nach vorne weiter. Abtrags hat ich in meinem Partner. Ja, cool. Oh, 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 oh. Nee, der blauer Power Ray. Blauer Power Ray. Bestimmen mal hier den Bunker wieder. Komm mal, boy. Bist du das? Wieso habe ich eigentlich immer andere Partner? Ja, ich weiß auch nicht. Das wechselt irgendwie. Die Partner werden auf jeden Fall nicht durch die Party bestimmt. Das ist schon mal klar. Nee. Oder wir hatten den in der Party. Der hat irgendwie die Party reingeschmuggelt. Oder diese ungeladenen Gäste plötzlich. Na, jetzt fährt er da rein. Jawoll! Kamikatz-Aktion. Vielleicht triff ich den Helm sogar noch. Nee. Das wäre es ja gewesen. Leider nicht. Aber der Kranik hat sie ausgemacht. Das macht er gut. Na dann. Oh ja, stimmt. Ist offline. Das war genau der Gang, wo ich dann auch schon war. Okay, dann renne ich mal vor zum Kranik. Oh, da kommen sie von links, von links, von links. Ja, 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 ja. Ja, die haben jetzt zum, zum dritten Mal, habe ich mir jetzt im Duell mit der geliefert. Da steht noch ein Speeder mittlerweile drinnen. Hehehe. Alter, ja, hi. Der Apling ist aus, ne? Ja, Apling ist aus. So gehört sich das. Ja, mit dem Scout super. Der ist auch super. Nehme ich auch ganz gerne. Das ist der einzige Skin, den ich noch habe, der nicht Level 0 ist gefühlt. Hehehe. Hehehe. Ich will jetzt auch mal wieder hier drinnen fahren. Hehehe. Nein, nicht zurück in die Schlacht. Ich muss zurück in die Schlacht. Schnell, raus, raus, raus. Nein, raus, raus, raus. Zu weit vorgegangen. Ja, ja. Jetzt weiß ich warum der Speeder da an der Ecke stand. Hehehe. Das hatte schon seine Gründe. Das hatte schon seine Gründe. Jetzt kommen die von hinten. Von hinten? Okay. Ja. Wie gesagt, ich komme zu dir. Sind wir mal wenigstens gemeinsam unterwegs hier. Die schießen aber von der anderen Seite, nicht von da hinten. Ne, ne, da war gerade einer am Geschütz. Okay. Wieso habe ich den denn nicht gehalten? Der war doch gerade hier. Ne, ne. Du redest mal vor. Das ist auch mal gefährlich hier raus zu rennen. Das kann immer ganz schnell. Ich habe 158 Lebensenergie gerade. Hehehe. Gut. So viel hatte ich auch noch nicht so oft. Haltet nach Rebellen, Ausschau. Da kommt schon wieder einer. Ja, kommst du her. Oh, das gibt ja immer noch Ablenkverteidigungspunkte. Ist ja immer richtig nice hier. Nein, sie kommen. Oder war vielleicht nicht so gut gesetzt. Aber egal. Da war gerade keiner. Schale. Einer steht auf dem Bunker draußen. Zweite stehen draußen. Der steht genau da, wo mein... Boah. So ein bisschen Heilung hier. Gefällig. Wie? Keine Heilung? Echt nicht? Oh, da kommt was reingeflogen. Da kommt was reingeflogen. Oh, ja. Ne. War ne, schon gibt's ne Granate. Ja, ich hab auch wieder was rausgeflogen. Rausfliegen lassen. Wer macht den Oritalangriff hier drauf auf das Ding? Clever. Sind uns, sind uns, sind uns. Ahhhh. 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 Hab ihn, hab ihn, hab ihn. So, mal ein bisschen heilen. Merkmal Stück 2. Das ist schön. Oh, hier drinnen geht doch mal richtig die Action ab. So mag ich das. Das ist wieder Close Combat Kampf hier. Da bin ich wieder... Naja, ich würde nicht sagen gut, aber... Nicht hoff... Nicht ganz hoffnungslos. Das beschreibt's vielleicht meinen Zustand. Achtung! Feindlicher Luftangriff. Ja, ist doch einer von uns der rumballert oder? Ich lebe auch schon wieder erstaunlich lange, muss ich sagen. Das war schon durchaus erfreut. Wenn mein Spaß ist, mal weiterzulaufen zum nächsten Ablink. Ach so, Ablink ist eh schon aus. Ich steh'n hier alleine rum. Schon gewundert, warum kommen keine Gegner mehr? Warum sind unsere Leute nicht mehr da? Ah, aber es hatte seine Gründe. Es hatte seine Gründe. Wo ist der Hint, der hier gerade stand noch? Da ist er. Nein, 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 nein! Ah! Und der lacht auch noch so hässlich! Ja, dieses Verspotten, ne? Zulustraner lachen, ey. Zulustraner. Das hab ich schon immer sehr gerne. So, du brauchst Heilung, das seh' ich dir an. Lass mich zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Da ist noch niemand drin, ey. Wieso giss' ich nicht? Ah, auch da ist jemand drin, ey. Da bist du! Du schon wieder! Ist diesmal ein anderer gewesen. Hat diesmal ein Piloten-Outfit angehabt. Da ist schon wieder dieser blöde Pilot! Zieh' dich! Ich bin mal hier heilen, ich bin gleich wieder tot. Oh, heilserie. Schön. Die ist ja auch immer gar nicht, diese Pläne-Rebellen hier. Oh, da sind sie, da sind sie. Finde mich gerade mit meiner eigenen Granate, oder? Japp! Perfekt! Man sieht die gar nicht, wo sind die denn jetzt hier? Tom, bieren vor! Auf sie mit Gebrüll oder auch ohne, hauptsache auf sie. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Das ist mal, haben wir ihn rausgelockt. Ja, ja, ja. Unser Plan hier. Sehr gut, sehr gut. Ich hab den Lockvogel gespielt. Plan ist aufgegangen. Sehr gut. Aber wir haben noch keinen Uplink hier. Schade. Was macht Crannington davor? Achso, wir sollen auch gar keinen Uplink haben. Ne, ne, ist alles gut so. Alles gut zu reden, ne. Nein! Ich hab immer mit Bennett hier ein Duell. Aber Bennett ist leider besser in dem Duell als ich. Ich hab ihn dreimal getroffen. Lass mich raten, er hätte ich öfters getroffen oder eine stärkere Waffe gehabt. Oh, ne! Jetzt Bennett schon wieder mit einer legenden Rakete, der hat auch was gegen mich! Ne, aber kennst du's? Wenn du ihn dreimal triffst, du siehst sogar das gelbe X, weißt du? Ja, 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 ja. Aber der Hitbox funktioniert manchmal nicht. Das ist wie bei Mario Kart. Da ist noch schlimmer. Das ist bei Mario Kart 8. Die liegt's auf der... Sweetie! Nein, nein, nicht schon von der... Nein! Die sieht man immer viel zu spät, diese Rebellen auf der Karte! Alle! Alle getarnt! Ja, das stimmt. Und einer ist hier ganz hinten und snipet hier halt mal. Selbst hier mit Weiß unterwegs, einer der besten Tarnfarbe. Ja, das ist... Ich finde es auf der Map echt ein bisschen unfair, dass man hier nicht noch irgendein getarntes Outfit bekommt vom Imperium. Weil das ist echt... Ja. Die haben einfach einen Vorteil, die Rebellen ja dadurch, dass sie sich viel leichter sehen. Da ist Luke irgendwo. Ich habe auch gerade ein grünes Lichtschwert leuchten sehen. Meiner Meinung hat das keiner von unserer Seite. Nein! Nein! Was? Wo ist denn hier einer? Überall. Da ist mich da vorne, der geht gerade zum Uplink. Eigentlich sollte ich nicht in die Richtung gehen, wo Luke ist. Ich muss mich mittlerweile gelernt haben, dass das nicht gesund ist. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomb-Bomb-Bomb. Also wir haben nur einen Y-Wing gerade. Das ist... Das ist... Was sehr angenehm ist! Ja! So stimmt. Ja! Double Kill! Wuhu! Der Fast-1-CK hat mich erwischt. Ich spreche es jetzt nicht aus, wie es eigentlich gedacht ist. Der Fast-1-CK. Alles weiter, da dürft ihr euch denken, wie er es vielleicht gemeint hat, wie man es aussprechen sollte. Der Fast-1-CK. Ja, ja. Das ist schon so ein Schlawiner hier. Schnellbarer auf jeden Fall, das muss ich mir lassen. Was denn? Da! Da haben wir jetzt erwischt! Oh nein, 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 nein! Zu zweit! Einen Wahlkampf auch noch! Ja! Der hat mich wohl erwischt, ey! Das haben wir schon gerne hier! Ja, das haben wir echt gerne! Können wir mal gerne haben! Das haben sie nicht! Sie haben mich nicht so gerne! Sie erschießen mich lieber! Ich komme gar nicht mehr nach vorne! Ja, ich auch! Das ist für die Leute! Ja, hinten ist immer einer, der ist auch winzend. Ich glaube da wieder richtig, richtig, richtig schlecht hier! Aber ich, ich weiß nicht, ob da... Na, mir, er überlegt mich! Ich bin einfach daran, dass die immer irgendwo mich sehen und ich sie nicht in diesem blöden Wald! Ey, das hat eine Wirscht neben mir! Aber zum Glück vom Gegner Team! Nein, ich schwöre zwei auf einmal! Ja, immerhin ein bisschen Schaden! Ja, ja! Aber das ist doch eigentlich eher unsere Sache, ne? Eigentlich schon, ja! Aber die Seiten vertauscht hier! Warum machen wir das nicht mal? Und abschalt! Da oben auch noch! Haben sogar schon drei, aber ich glaube selbst mit dreien. Momentan, momentan läuft so ganz gut, aber die letzte Phase ist die entscheidende! Wollte gerade sagen, ja! Wir haben ja auch nur einen! Das glaubt mir wieder einer mit dem Speeder mit mir vorbeigezogen! Ach komm, geh mal mal ein bisschen nach oben! Machen wir mal einen Ausflug in die Wipfel hier! Bringen wir mal das hier auf die Spitze! Treiben wir das auf die Spitze oder so! So, dann kommt man hier rüber! Da oben drauf! Oh, hier kann man was einsetzen! Skywalker ist tot, das ist gut! Das ist echt gut! Spoiler! Nein, Spaß! Ich bin schon geschockt, was da rumgelaufen ist, aber auch schon mit Ivo! Ich bin schon geschockt, was da rumgelaufen ist, aber auch schon mit Ivo! Schöner! Nicht in meinem Baum auf jeden Fall! Komm mal ein Orbitalschlager runter! Oh, da kommen zwei! Schön! Oh nein, stinki! Oh nein, stinki! Oh nein, nein nein, nein nein! Ah, Wum, nein! Oh nein! Ich schaue mal in die falsche richtung in den baumhäusern hat aber nicht viel geholfen alle bei uns im sporn oder drei stück mindestens wir sind da wo wir rauskommen Das ist schon mies die verteilen sich zu sehr auf der karte damit sie uns von allen seiten über behaken können naja behaken wir gar nicht gewinnen wir wahrscheinlich doch mal es sieht doch ganz ordentlich aus damit auch trotzdem schon einer weg und wir haben fast keinen schaden gemacht wo sind sie denn alle das ist echt schlecht Wir laufen beide beide errichtet der geile doppel hier gemacht mit thermalen oder gratulation dazu Wir bemühen und wir bemühen uns herunterfahren ist angesagt Das sind unsere leute die hier rumballern wie steht es euch mittlerweile Darkseid schön da unten Leistest du mir Gesellschaft Ja Versagen vereint oder so Ja ja Und man wissen wie es da unten ist ja Und wie gefällt es dir? Ja ganz gut schön gemütlich da unten Ja gell da kommt man auch nicht so schnell wieder weg da bleibt man immer ein bisschen Es ist fast ein bisschen wie campen hier Kann man sich dran gewöhnen ja Ja ich bin mir mal speederman hier Nein und irgendwer hat nie mehr Unterbäder Boah den hab ich noch nicht gesehen ey Mein schöner speeder Oh die verteidigen ja alle den Ablenker Da sind einfach 5 oder 6 oder 7 Leute dahin gewesen Oh wie knapp hat der überlebt 3 AP schade Aber sie haben bisher nur einen also die Runde sollte wir ziemlich safe gewinnen Ja ich glaube auch Ey der Tisch hat ja ne Rakete die haben alle ne Rakete was soll das? Kann nicht wahr sein Der Rocketman Rocketman Ja Wieder ein bisschen Guardians of the Galaxy bringen Ich will das nicht spoilern aber sagen wir mal wenn es um die Figuren selber geht Wenn es um diese emotionale Bindung aufgebaut werden soll so ein bisschen Dann finde ich das immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen Wenn es dann nicht um die Story geht sondern nur um die Figuren Ja Dann wird es immer ein bisschen schwierig So das war es jetzt aber auch Ich will ja nicht noch spoilern Niemand mag Spoiler Immer drei Leute Alle hast du Spoiler Ja am ersten Teil war es sehr cool dass sie sich zusammen gefunden haben ne? Ja klar Und dann hast du zu einer Familie gewonnen Naja das war cool Eine große glückliche Familie Da sind die Rebellen Da sind die Rebellen Nooo Blauer Power Range schon wieder Da fehlt ein R Ja Den wir euch so weit bin ich gesehen Da gab es auch einen neuen Power Rangers Na ja schon raus Na ja schon raus Na ja schon raus Na ja schon raus Ich glaube ich glaube ich sogar Ich glaube der soll auch nicht so toll sein glaube ich Ich habe auch ehrlich gesagt nie gesehen von daher kann ich da gar nicht so mitreden Ja gut Tom wir hast einen Coco Box Ja ja Einer muss es ja machen Du nicht der der mich so gekillt hat Du musst du nicht Du kannst es nicht gewesen sein Was sind denn die schon wieder Da läuft einer Na warte Oh nein Boah Kommst du hinter deinem Baum hervor Nee kommst du nicht Hast du dich schon wieder weggelaufen Ah Wieder so eine Smart Rocketeer Wow Ich hab durch die Power abgekillt Ja Wie bei mir vorhin Du bist halt so gut dass sie dich Dass sie nicht wissen wie sie anders mit dir fertig werden sollen Naja nee Jetzt glaube ich nicht Boah meine Granate ist perfekt geflogen Aber irgendwer anders hat ihn schon runter geholt gehabt Juhu Ausweichen Ja Doppelkreis drücken Weil es immer noch Leute in den Kommentaren fragen Wie man sich abrollt Das ist Wahnsinn Das fragen immer Leute Na ja Dabei habe ich das schon so oft gesagt Doppelkreis drücken und in eine Richtung Und ihr macht eine wunderschöne Rolle Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation Wir müssen sie deaktivieren Sonst nehmen uns ihre Waring Bomba auf Korn Uuuu Ablinkstation deaktivieren Nicht schlecht Ja 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 Genau Ich müsste mir mal wieder den Schild nehmen Damit kann man immer so schön reinrennen Ja Hä Sollen hier Orbitalschlag Achso blau ist ja Gegnerschlag Oh jetzt kommt dreimal zum Ableg Aufpassen Sollen sie kommen Ich bin eigentlich nur am weinen die ganze Zeit Aber das ist immer so ein Battlefront Man kennt es man kennt es Ja Jetzt hat der mich aber auch nicht überholt Darkseid hat es da unten bei mir nicht mehr gefallen Puh Das sind die unten so schön Weiß gar nicht was gut ist Weiß gar nicht was gut ist Die Rebellen sind so getarnet Den sieht die einfach nicht Nee überhaupt nicht Ich treffe auch immer nur den mit diesem Pilotenanzug Ja den habe ich jetzt auch öfters gesehen Den sieht man halt wenigstens Ich habe ihn gekillt Nein es ist nur Auf der rechten Seite sind es so viele Zum Beispiel Bennett Bennett hat mich getötet Ja der ist ziemlich krass drauf Bennett spielt besser Nein ich will den ADS Und auch noch mein Partner Mein Partner hat sich den ADS-T geholt Hauptsache nicht Ich sag mal so ein 88 in der letzten Phase hier Der ist goldnet Ich glaube es sogar besser als ein Heldeprocer Macht auf jeden Fall bestimmt Laune Aber den Ich finde sowieso dass man die Fahrzeuge immer viel zu selten bekommt eigentlich Ja Das war in den alten Tagen Cool hat aber wieder ein paar Fahrzeuge gehabt Hm Vielleicht auch nur weil man gegen die KI gespielt hat Die sich die Fahrzeuge nicht genommen hat Mag auch gewesen Oder weil man die KI auch rausschmeißen konnte aus den Fahrzeugen Möglicherweise lag es daran Wo treibt ihr euch denn da rum Oh da unten läuft jemand am Wasser Ja Ganz 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 hinten Ganz hinten Ja ich bin grad gestorben Muss wieder ganz hinten anlaufen ey Okay Mit Anlauf Ja Mit Anlauf In Ablenker Ja Muss man auch mal machen Muss man auch mal machen Oh 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 Ya Ich sogar den Leben. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, kill. Ja, aber muss ich über die Minuten. Ja, ja, muss ich über die kleinen Dinge im Leben freuen. Das kann ich mittlerweile ganz gut im Battle schon. Ich hier über die kleinen Dinge freuen. Großgibst hier auch sehr, was zu freuen. Ja, Spitzen. Das war noch nicht mal. Oh, schade. 11 zu 19. Naja. Das ist traurig, wenn man sagen muss, dass das noch zum Besser noch nicht gehört. Oh, ich bin zu Luke. Warum mache ich das? Ey, sind zwei irgendwie am Teich hier, die schwimmen die ganze Zeit. Nein, nein. Den einen habe ich abgeräumt. Der ist jetzt wirklich baden gegangen. Also sind aber immer noch zwei. Ich komme ja nicht nach vorne. Die schießen auf mich. Der LTS, die können wir runterballern. Boah, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, die Schaffensleiter noch. Die haben ja alles da aufgefahren. Ja, die haben ja richtig, richtig viele. Stimmt. Wann ist denn das so schiefgegangen? Ah, die haben wahrscheinlich Luke da unten gehabt, oder? Ja, das ist ja ein Held, ja. Ja, weil er die ganze Zeit mal ablenkt, das könnte nicht gewesen sein, dass die deswegen so viele gibt. Alter, das ist ja krass. Okay, das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Das sah echt gut aus, aber wenn die acht Stück haben, oder so. Na, der Vorteil, die haben hier keinen Snowspeeder oder sowas, um den halt zu voll zu kommen. Das müsste dann der Forest-Speeder sein. Das ist ja gar nicht, gibt's den Sand-Speeder. Das gibt's schon mal bei Forest-Speeder. Das ist ja gar nicht, ob es den Forest-Speeder gibt. Forest-Gum. So, da vorne noch, ja, mal. Forest-Gum, der. Das ist dann, wenn der wegläuft. Der läuft auch so schnell um den rum. Bei dem läuft's immer bei uns nicht. Na, 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 na. Ei, wir schaffen's. Ah, die haben jetzt erst ein Viertel abgezogen. Könnte noch was werden, wenn sie jetzt nicht irgendwas ganz anderes raushauen. Wird nochmal spannend, aber so muss es ja auch sein. Wow, und die haben dafür einen Power-Karten, äh, eine Karte erneuert. Nein, nicht Luke, nein, das hab ich nicht verdient. Oh, hinter mir, ey. Da hat nochmal einer sich ein Helden-Symbol geholt, direkt von meiner Nase. Also vorhin meinem Kumpanen hier, von meinem Partner. Vor Captain Kyle. Ja, nee, schaffen wir, schaffen wir. Krass. Ich bin, ich bin schon geschafft, ey. Ich bin auch schon gefühlt flüssig. Alles für den Sieg hier. Alles für den Sieg, ja. Was tut man nicht alles, um zu gewinnen? Jawoll, sogar Skywalker hat mir, glaube ich, noch ausgeschaltet zum Schluss hin. Nice, 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 nice. Kein Scheiß. Ah, 13 zu 22. Ich bin jetzt in fünfmalen nur gestorben, die ganze Zeit durchweg, ey. Naja, ich bin auch eben gerade nur noch gestorben, am Ende. Ah, der Elias, der war richtig gut bei uns. Echt? Ja, okay. Okay, ja, 14.670, ja, das ist ordentlich. Äh, Jedi war aber auch nicht. Kann man auch noch eine Runde machen? Oder wollen wir jetzt schon Modi wechseln? Wie auch ihr wollt? Ja gut, dann wechseln wir mal Modi. Komm auch mal. Wechseln wir mal Modi. Spiel mal als nächstes. Kann auch mal, mal Heldenwehrschurken, mal wieder die kleinen Karten ein bisschen. Hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, okay, mach mal Heldenwehrschurken. Wird bei mir immer am meisten gefragt, was wird bei euch so gefragt? Was wollen die Leute bei euch sehen? Ach, ist eigentlich ganz durchgemischt irgendwo. Bei mir wird immer Heldenwehrschurken gefragt. Gut, dann spielen wir als nächstes. Heldenwehrschurken. Bis dann, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht und die anderen beiden netten Mitspieler mit euch sein. Servus. Tschüss. Ciao. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes noch mal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.